Okay, normale Straße bitte, normale, ja, da können wir Straße hier rausführen, ja, ähm, was brauchen wir noch für die Milchprodukte? Bio, nein, das hier, genau, und den Bio-Dringer-Gäscher kann man ja auch hier hinklatschen, wunderbar, so, das war einer, oder? Ja, zwei Obst und eine Molkerei und, ja, passt. Gut, ich komme auf Werkzeug, was soll's. So, ähm, Glas und Tee, sieht gut aus, ne, sieht gut aus, äh, Glas und Tee, äh, Fisch und Tee, Fisch und Tee schaut gut aus, können wir wieder weg tun, so, schaut gut aus, so. Ähm, Bio-Kost ist auch wieder gut, dafür nimmt Reis und Gemüse ziemlich ab, ähm, dann werden wir wohl noch mal Reis bauen müssen. Nochmal Reis, ja, war ja klar. Äh, immer diese, diese, ähm, diese Balance zu finden, das ist voll... Äh, ich habe keine Chance, enttäuschen Sie mich nicht. Äh, okay. Nehmen Sie Belohnungen empfangen, okay. Wer in meinem Sammelsorium an Waren stülbern will, hat jetzt die Gelegenheit. Okay, dann kann man sich mal um diese Hauptmission. Derzeit kann unser Zeug laufen, und schauen wir mal. Aber was soll ich erst noch das... Das ist Ihre Chance, enttäuschen Sie dieses Problem aus der Welt. Oh. Äh. Okay. Ähm, fahr mal da hin. Warnung. Produktion gestabbt. Ja, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren hier, dass ich die... Ähm, ja. Okay. Die Firma erwartet Ergebnisse. Hm. Ja. Wo wollen wir denn hin? Da irgendwo. Ah. Ja, solche Lücke abwarten, ne? Aktuell ist hier oben. Beweisen Sie, dass mein Vertrauen in Sie gerechtfertigt ist. Wohin jetzt? Da oben. Hm. Das ist eine doofe Mission. Na, naja. Kling, kling, kling. Ihr Wert für die Firma ist soeben gestiegen. Vielen Dank. Ich gehe mal einkaufen. Ich lasse er wieder meckert hier. So. Ähm. Stimmt. Reis wollte ich beobachten. Nehmen wir mal ab. Und das Gemüse auch. Okay. Reis und Gemüse. Eindeutig. Reis und Gemüse. Äh. Hier. Hier mal Reis. Reis, Reis, Reis. Ähm. Das waren die hier, ne? Äh. 4 mal 4. 4 mal 4. 4 mal 4. So, vielleicht. Na, jetzt komm schon. Äh. 1, 2, 3. 4. 5. Okay. Ich brauche gleich noch einen Reis. Schadet ja nicht. So, vielleicht. Da kann ich Press nebendran stellen. 1, 2, nein. Nein, kann ich nicht. Ich kann mich nicht pressdrehen dran stellen. Das ist zu wenig Platz. Okay. Ähm. Aber hier müsste doch gehen, ne? 1, 2. 3, 4. Nein. Leider auch nicht. Na gut. Dann eben so. Oba la. 1, 2. Ähm. So 4x4. Ja, ist egal. Ähm. 3. 4. 4. Straße Lasten. So. 5. Sieht nicht sehr schön aus, aber naja. Straße. Straße. So. Na gut. So. Gemüse. Äh. Erstmal einkaufen vielleicht. Wie läuft's? Ja, ganz gut. Nun läuft's ganz gut. Selbst, ja. Alles prima. Oh, okay. Äh. Äh. Nein. Verbessert Energie. Verbessert alle Energie erzeugenden Tech-Gebäude. Nein, Tech haben wir ja gar keine. Kann ich ein neues Angebot haben? Danke. Was haben wir hier? Äh. Äh. Atomkraftwerk wird besser? Nein. Verbessert das Flugzeug? Nein. Äh. Saatgutgemüt? Nein. Nein. Schwerglas-Mobilisierung? Teil-Kunst-Schiffe? Nein. Nein. Ähm. Ich kauf mal hier. Ja, gar auch. Oba la. Ich kauf mal wieder hier. Die kauf ich dann mal. So. Oh, 8.000. Oh. Voll der Wucher hier. Umtausch ausgeschlossen. Ah, du das sagst. So. Dann wieder ab nach Hause. Ich kauf das halt, weil ich es nicht wirklich produzieren möchte. So. Von daher. Oh. Ich hab's ja fast vergessen. Ähm. Achtung. Produktionsstillstand. Ja, Fischerei ist mir egal. Äh. So. Was wollen die? Eine Bilanz von 150. Das kriegen wir jetzt hin, ne? Ja. Und 10 Minuten halten. Das ist auch kein Ding. Okay. Was meckerst du? Und dass du voll bist. Ja, okay. Ähm. So. So. Wenn wir die mich aufwerten, dann haben die mehr Fahrzeuge. Und dann... wird doch immer abgeholt. So. Ähm. Jawohl. Hab's auch grad so geschafft. Ähm. Na gut. So. Ähm. Was ist dann als nächstes, was wir machen müssen? Ah, ja. Gemüse hat mir gesagt, ne? Ja, wird ein Gemüse gesagt. Ähm. Aber... ähm. Ja. Gemüse. Reiß hier wieder am steigen, glaube ich. Gemüse. Ich brauch mehr Gemüse. Viel, viel, viel mehr Gemüse. Viel mehr Gemüse. Was brauch ich denn für Gemüse überhaupt? Ähm. Ja. Da. Werkzeug. Holz. Holz. Werkzeug. Okay. Ich muss nur Holz und Werkzeug holen. Nur Holz und Werkzeug. Gut. Ähm. Holz. Und Werkzeug. Und ab mit dir. So. Okay. Ja. Was bräuchten die denn noch, die Schönen hier? Wo haben wir denn... Wo ist denn die Daten? Hier unten. Lifestyle, ne? 3D-Beamer. Ähm. Was brauchen wir denn dafür überhaupt? Wir brauchen dafür Mangan. Das ist unter Wasser. Er... Das mag der andere dann wieder nicht. Ähm. Ähm. Diamanten. Wir könnten gucken, ob wir B-Mac kaufen könnten. Ähm. Dafür sage ich jetzt einfach mal... Ihr dürft keine B-Mac gegen. Und beim Einkaufen hier... Handel. Einkaufen. Beamer. 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 Beamer gerne bis voll. Hm. Ich frage. Alarm. Kriminalitätsrate erreicht kritisches Niveau. Aha. Kriminalität. Das heißt. Wohl oder übel. Polizei. Da mal Polizei, ne? Polizeistation. Minus 15 Strom. Ach du meine. Ich brauche mehr Strom. 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 Ähm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Äh. Drei. Oh. Speichern, ja. Spiel gespeichert. Vier, fünf, sechs. Und dann eins, zwei, drei. Könnte hin... Oh, ist mich verrutscht. Oh, egal. Könnte, glaube ich, hinhauen. Registriere Energieknappheit. Oh. Wir kriegen sogar welche. Hm. So. Ich will erst ein paar 3D-Beamer auf Lager haben, bis ich die Jungs dann das freistelle quasi. Natürlich. Zu初 ist ja ein paar Varianten, bis ich die Jungs dann irgendwo Führung die anderes als